So, ihr seht schon, um was es sich handelt, um Ravel 2, eine Demo angezoggt von mir und da gucken wir mal, was da schönes ist mit den kleinen Wöl, Wollknäuel, sag ich mal. Ich glaube, das geht jetzt auch Multiplayer oder so. So, neu beginnen, jawohl, zu neuen Ufern, Kapitel 1, in dem wir alles verlieren, aber wieder von vorn beginnen. So, ihr seht schon, ihr seht schon. So, ihr seht schon, ihr seht schon. Oh, guckin. Oh, es geht los. Oh, jetzt sind die kleinen, zwei kleinen Wechsel zwischen den Spielcharakteren, indem du drückst. Ach so, ich glaube doch nicht kein Multiplayer. Ich habe irgendwas gelesen mit Multiplayer. Vielleicht ist das ja jetzt mit den zwei Dingern so. Muss ich jetzt jedes Mal wechseln? Oh, du meine Güter, ey. Aber süß, ne? Oder? Irgendwie gemacht. Ich stelle dich dicht neben den anderen Charakter und halte gedrückt, um ihn zu tragen. Ach so. Ah, okay. Wäre jetzt doch viel geiler, ne? Oder? Ach, was habe ich denn drum herum gebunden? Manche Bekte können geschoben werden. X springen, jawohl. So, drücke Dreik, um den Spielcharakter, den du trägst, abzusetzen. Okay. Wenn du Zwischenspielcharakter wechselst, hältst du bisherige Charakterobjekte weiterhin fest. Komm nicht hoch. Kommst du hoch? Vielleicht von hier oben? Nee. Hey, warte mal. Ach, vielleicht muss ich ziehen. Moment mal. Nee, geht auch nicht. Oder hier ziehen vielleicht? Ah, warte mal. Doch, hier kann ich auch was machen mit dem, mit dem Platz hier, oder? Ah, warte mal. Jetzt weiß ich, glaube ich, ich muss ja runter hier. Der muss hoch und... Hopp. Los, hopp. Jawohl. Jetzt habe ich's. Sauber. Jetzt muss er rauf. Jawohl. Das klappt schon. Klappt schon irgendwie. So wie, wie so bisschen die zwei Brüder, ne? Das gehen... Warte mal, hier kann man auch noch irgendwas schieben. Oder soll ich wieder alle zwei tragen, oder wat? Ja, schein' so. So. Warte mal, dann müssen wir wieder hier, ähm... Im Menü kannst du Erscheinungsbild deines Charakters ändern, ne? Im Menü... Ah ja, okay. Sibi. Also, auf der Fall ist es gut gemacht, bis jetzt hier. Kopf, was ändert sich denn im Kopf? Ach so, jetzt verstehe ich. Ah, alles klar. Augen. Ach so. Haha, du meine Güte. Ah, alles. Alles. Löffelne ich dann. Gebt mir ja schön. Juhu, weiter, ja. Ja, hab ich gemacht, ne? Hm. So, im Moment ist ja ganz gut, wenn wir es jetzt weht sind hier. Tragen, mein' ich. Trigger X, um höher zu springen. Halte X gedrückt, um höher weiter zu springen. Hm, da sieht doch gar nichts. Vielleicht dann mal lösen hier. Moment, nochmal. Ja, bei mir passiert auch nichts hier mit X. Halte X gedrückt, um höher weiter zu springen. Vielleicht doch von hier oben, oder was? Ach so, ja, stimmt. Höher ist es. Ah, jetzt habe ich es. Gut, dann kann es zukommen. Äh. Ich hätte lieber zusammengesprungen, ey. Ach, jetzt klappt es nicht mehr, oder was ist jetzt hier los? Ich wüsste. Also, Odo, jetzt habe ich es so. Du kannst in die Luft Sprungrichtung ändern. Huh. Ich denke, weil ich soll nicht runterfallen jetzt hier, oder? Oha. Das war ungünstig, glaube ich. Das war, glaube ich, ungünstig hier. Ich glaube, ich muss draufbleiben. Und wenn wir dann mal. Shit. Ist ja auch nicht schlecht, würde ich sagen, mit den zwei Dingern hier. Aber. Auch knifig, sage ich mal, ne? Aber das ist ja Sinn. Das wächst. Jetzt haben wir es. Cool. Trinke und halte, probiere. Um Hallo zu sagen, probiere. Um eine Reaktion herbeizuhoben. Ah, da bin ich ja drin, ne? Ah, okay. Ah, okay. Alles klar. So, eins drücken. Zeit zu verlangsamen. Kurz die Überinnerung im Menü. Deaktivieren. Uh. Okay. Oh nein, nicht wieder. Abgestürzt. Ah, ich hätte eigentlich mal. Ich hätte eigentlich höher. Gemüßt. Schon drauf, aber. Zack. Was ist denn mit euch? Ah, jetzt habe ich es. Du kannst Wendehandspringen. Das ist mit der Hohspringen, aber war nicht so schräus hier, was? Okay, ist ja was gegangen. Zack. Wenn du in der Wand springst, kannst du ja runterrutschen und zu einem liebigen Zeitpunkt abspringen. Oh, okay. Das wollte ich aber nicht machen. Toll, und jetzt, ne? Komm ich schon wieder zurück, jetzt hier. Oder mich halt da lang gehen. Also wieder Steuerung. Mit diesen Männeln. Bin ich jetzt woanders hergelandet? Ach, jetzt bin ich wieder hier, oder wie, oder wat? Hm, jetzt bin ich wieder am Anfang, ne, wo bin ich denn jetzt gelandet hier? Ne, ich bin nicht ganz woanders gelandet. Ich hab's abgelieken, da knackt, da dingerisch hier. Hm. Heiß nicht. Ist ja vielleicht. Ah, jetzt bin ich wieder da, gut, okay. Alles klar, dass sie mal wieder angekommen, wo wir hinwollen. Cool. Oh, aufstehen, aufstehen, Jungs. Jetzt voll gedrückt, lass uns benutzen. Jawohl. Lass wir benutzen, äh, während du springst. X. Ja, eigentlich wie das andere. Perfekt. Supi, sag ich mal so. Tududududu. Hopp. Jawohl, Jungs. Das klappt bei euch hier. Hoppela. Oder auch nicht, ne? Wow. Ja, mein, das ist... Cool. Lass so... ...leitung hier ein. Uuuh, ich kann den Überschlag hier machen, hey. Nein. Oh, verdammt. Jetzt bin ich wieder hoch. Der ganze Tag gibst du noch den Weg nach oben, ne? Irgendwo. Juhu. Schwupp. Jawohl. Effekt. Doch und nochmal nach oben. Jawohl, weil ich so schön war. Jetzt haben wir es so. Schwupp. Jawohl, Effekt. Also jetzt hoch hier, oder? Hm, sehr hoch. Aber fast hat man es kaputt eben. Na, los. Jetzt haben wir es... Irgendwie muss es ja gehen, ne? Hopp. Irgendwie sollte es ja gehen. Uh, jawohl. Einmal Absturz. Oh, nochmal nein. Oh nein, 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 nein. Das war so gewollt, glaube ich. Wenn du einen Abschnitt Schwierigkeiten hast, kannst du hier wohl in die Hilfefunktionen können im Geblieben-Menü oder eingeschaltet werden. Hilfe-Menü. Hm, okay. Aber hier wollen wir ja auch nicht. Passt ja dann, ne? Rein, da rede ich. Passt das schon hier? Das ist so geil, die können ja voll die Überschläge machen hier, die Jungs. Huhu. Hopp. Zack. Zack. Jawoll. Jawoll. Also, ziehen. Oder auf mit dir. Achso, warte mal. Stande ich doch. Knoden soll ich machen. Warte mal. Knoden? Ich hab's ja nicht gelesen jetzt. Mist, aber... Ja, ich hätt, glaube ich, einen Knoden machen sollen, war? Oder, warte mal. Hopp. Nee, brauchen wir keine Knoden machen. Das geht auch so. Boing. So, ich weiß nicht, wie lange die Demo noch geht hier. Ich werde trotzdem erstmal ein Board beenden. Bis zum nächsten Board. Ciao. Ciao.